In der stille Angelegenheit 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 Nimm mich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich sieht. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen. Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Untertitelung des ZDF, 2020